moin moin liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von the forest mit unserem lieben tommy unser ehrewerter nubischer bruder skinny der ist gleich auch mit am start aber wir mussten jetzt schon mal anfangen und ihr seht es ist diesmal kein stream ausschnitt sondern es ist wirklich was war das wasser getrunken und zwar ist es extra aufnahme für euch und unser ziel ist es hier wie zu befreien jetzt so dann würde ich sagen folgen wir diesen weg ja los ich weiß aber sonst nicht wo es weitergeht wir haben mal nachgeguckt unser speicherstand ist von 2021 ist schon ein paar tage her aber welche welchen welche flagge wollen wir anpeilen da kannst du jetzt mit entscheiden wollen wir da hinten hin wo die gelbe ist oder geht das da so richtung strand weiß ich sehe auch nur die beiden da hinten die gelbe wollen wir dann dahin ja lass mal alles klar dann laufen wir oben lang so daher wollen wir mal gucken dass wir hier mal helfen aber wir brauchen das komplette spielzeug glaube ich ja oder ist das so was für ein spielzeug ist was du da wo haben wir das spielzeug da fehlt mir noch ein bein ich weiß es nicht ich bin voll raus hier ich weiß gar nichts mehr aber es macht nichts wir haben auf jeden fall unsere katanas wir haben unsere kettensägen alles am start ich glaube hier sind wir richtig nee scheiße oder doch ich glaube wir wollten wir mal rein warum ist hier so ein ding und hier ist doch hier ist das das meer das ist ja wir wollten den krater wollen wir doch eigentlich wo bist du hier unten bei der flagge ich weiß das nicht ob wir da noch reingehen wollten oder schon drinnen waren ich glaube da sind wir mal rausgekommen oder wir sind da reingegangen und haben voll auf die fresse gekriegt und sind wieder rausgegangen das kann ich mir bei uns überhaupt nicht vorstellen komm willst du da jetzt runter hin und mal gucken ich will aber ich will zum krater jetzt leder hier wieder ja du musst ja aber doch ente er durch die höhlen um in den krater zu kommen war das so ich weiß es doch auch nicht mehr du kannst du nicht einfach von oben runter springen das geht halt nicht du bist ja tot ja aber so an den seiten so ein bisschen wie wir sonst gemacht haben ne habe ich auch schon versucht oh scheiß fledermaus fuck you ja natürlich bin ich reingefallen was waren wir hier geld snacks snacks ach du mich mal an tun sie das gut wollen wir mal wo sind die gegen das in 100 metern ich habe jetzt auch nicht auf deinen komischen arsch geguckt schön runters leiden ich war irgendeine hülle war das doch wo wir auch so runter sind und dann sind wir gleich in den tod gestürzt das ist mal passiert ja das wollte doch so einen kleinen vorsprung da sind welche los nimm den bogen aber da sind wieder diese ekligen babys ich hab's getroffen ja getroffen voll daneben die babys da hinten ah die babys habe ich kaltgemacht so irgendjemand ist da unten noch ja so zwei spinner komm ich heiß drauf wir holen wir uns trefft hier nicht ja jetzt ich nehme ein katana mal zur hand ja 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 schnitz brauchst du gar nicht so nehmt hat seine maga kohau gehauen und hab ich dich auch erwischt mach du das schön in der ecke aber der macht hier todes rollen kann man die jetzt auseinander nehmen ne kannst du mitnehmen ne ja was wollen wir mit denen hier meine feine kann ich aber wieder mitnehmen ha 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 weil ich so ein guter schütze bin bin robben hoht bin ich aber wir sagen jetzt aber nicht was vor der aufnahme passiert ist jetzt das riecht ja das hast du jetzt gedacht weiß ich ehrlich vielleicht dass wir uns ins feuer gestellt haben oder so ja das hatte ich jetzt auch noch mal im kopf er gab es ja genug dumme da war aber schütteln so langsam ich wollte die mir wäre das katana ist aber auch mal gerechnet blöder glatzkopf ich finde das irgendwie ein bisschen komischer sind welche ich weiß eine bombe haben wir schon gesehen ich bin doch wieder katana ich habe so weg gemacht ist eine methode das jetzt überleben nicht geld nicht geld ja scheiß auch jetzt aus geld wir haben die gegner haupt er mich auf die frau war was ich habe hier einen reingehauen was haben wir alles switch boys hier wo müssen wir hin alle ich will in diesen krater ich weiß es doch nicht meinst du dass wir da durchkommen oder gibt es muss doch sonst direkt beim krater hüllen geben die da irgendwo in der nähe herumführen oder ich weiß es nicht mehr du hast doch vor uns aber erzählt wie lange es gespielt hat ja zwei jährchen kann mal passieren das ist so dunkel und band das gibt's für mich tuch und stock stock du mach das da alles klar also bei mir bleiben nur die tücher über das habe ich auch vergessen tücher ja die muss mitnehmen die sind wichtig was immer noch der weiße schlafen das sind welche ich weiß was du jetzt wieder ich weiß wieder was wir wollten was macht er da freund er ist aber gut abgegangen da oben gerade der fall mit mir was wollten wir die bademantel wollte muss erholen stimmt ja weiß ich nicht doch mal hier ja jetzt wieder hoch ja aber da hoch aber durch die holzwand immer mit dem kopf durch die wand hallo ist hier jemand das dicker moment bombe aber ich weiß was es sollten gibt das hat getroffen er lebt aber noch an er nur scheiße ich treffe mich ja auch nicht ich treffe ihn so nicht bleiben stehen ja du körper klaus jorge was ist da machst du hier ich mach das mal so scheiße ich habe die leuchtbarkeit ich habe das gleiche ich werfe monitor aber die muss man vorher anzünden ich habe gar keine mehr aber ich habe auch mollis ja die musste vorher anzünden das weißt du ne kombinieren warum leuchtet da unten alles nein 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 oh ich bin runtergefallen mach dich weg da ich helfe dir ja ich brenne er brennt auch oh mein Gott was ich helfe dir von hier nein nein ich bin gleich tot oh Gott ich hab mich getroffen eventuell sind Sachen passiert die hier nicht passieren sollten nein bist du echt tot ja nicht dein ernst was soll ich machen ja runterkommen und mich wieder beleben ja warte ich spreche erstmal sprechst du hast noch Zeit oh ist er auch tot ich weiß es hat doch geklappt er hat gerade noch das seil gegriffen du lebst noch ja natürlich lebe ich noch ja natürlich also schick den abend tommy mal vor damit er erstmal du bist doch einfach gelaufen ich glaube ich habe ihn zerfetzt wir können da nichts mehr von nutzen oder ich habe was gefunden eine karte was ist das die brauchen wir ja die ist wichtig was ist das hier noch die Kamera da wo Timmy ist da gibt es viele Türen und dafür brauchen wir diese Karten oh scheiße wie viel haben wir denn davon gefunden das war ja noch gar nicht so viel ja super eine ja wir brauchen mehr ich weiß nicht wie viel war das vier oder so Kassettenspieler angekunden hier Videokamera Camcorder ja ich glaube da haben wir Kassetten für ja ja kannst ja angucken ja ja moin der will nicht gefilmt werden Lappen das ist Timmy Rollstuhl Scheiße äh alles her das Ding ist das Ginny muss gleich die Karte auch holen ne oder? ne muss eigentlich gar nicht ich glaub nicht ne oh noch ein Video aber wie viele Karten gibt's denn? ich glaub das waren fünf aber können wir uns jetzt nicht noch Rüstung von dem hier holen oder wahrscheinlich weil ich ihn an die Luft gesprengt hab ging das nicht mehr ne wo liegt der denn? ja überall ne ich glaub ja echt nein nein der muss äh ein ganzes Stück muss das sein ja es war aber die Priorität nicht zu retten also ja das stimmt ich hab jetzt absolut keine Rüstung mehr ja was das denn geht sind wir echt bisschen kacke ne? also ein Knochen Rüstungsstück kann ich mir basteln echt? ja ich hab glaub ich Knochen hab ich grad sogar keine ja wir können ja aber die Typen hier drin verbrennen dann kriegen wir wieder Knochen ja brauchen wir nicht dann gehen wir da hinten hoch so ist das Gute dann haben wir das das wird aber ja auch gar nicht so gesagt wirklich was man machen muss ne? ne wir müssen eigentlich müssen wir Timmy jetzt nur retten und ich dachte wir können da so rein ne das hab ich aber auch vergessen ja dann müssen wir auf jeden Fall wissen wie viele Karten wir brauchen aber wo seh ich die denn nochmal? äh im Inventar oben beim Rucksack müssen die liegen oh scheiße eine Schlüsselkarte haben wir das ist ja gar nix wie viel braucht man da soll ich mal eben gucken? ja guck mal nach ich sicher mal oh man diese blöde Fledermaus ne ich sag es dir guck mal ein enger Gang hier Junge 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 ist noch irgendwer? oh hier gehts glaube ich wieder runter sonst ob sie froh sind hä? was will ihr von mir? hier gehts nochmal wieder runter oh oh Gott oder es geht da hinten weiter ne es sind nur zwei Schlüsselkarte oh shit ok ja aber da haben wir eine auf jeden Fall schon mal gefunden das ist ein Fortschritt aber wo ist die zweite? ja das weiß ich nicht das ist... guckst du ne ich guck nicht ne mal Standort von Höhle 6 was ist Höhle 6? ja moin ist das hier die Höhle 6 oder welche ist das? ähm... stehen da Zahlen drauf? wir sind auf der Karte sind wir jetzt glaube ich ganz links oder? ja da wo dieser Pin ist ja das heißt waren wir da unten schon? ich glaube ne? ja alles was aufgedeckt ist ne? ja und das ist ja wenn wir da runter gehen oh man ich kann das irgendwie nicht richtig lesen willst du da weiter runter? ok wir gehen runter wir gucken ne? Bobby sagt wir gehen runter da gehen wir runter meine To-To-List wurde aktualisiert hat er äh der Skinny noch was geschrieben? nur ok ok das macht ja mal eine geistige Gesundheit wo sieht man das noch? oh ja wie war das denn nochmal? wo sieht man das? ach da äh drück auf B und dann hast du oben rechts diese komischen Register hätte ich fast gesagt ja und wo ist unsere geistige? ach da drück mal genau in der Mitte da diese komische geistige Gesundheit 41% das ist gar nicht gut geistige Gesundheit 99% ich bin krank finde Aloe Vera um dich zu heilen oder ruhe dich aus wie kann ich meine geistige Gesundheit denn steigern? wie geht es dich so gut? keine Ahnung ich weiß das nicht das ist doch scheiße vielleicht wenn ich eine Exe fresse das könnte ja sein ich habe jetzt Aloe weißt du? Aloe Vera ja kann ich das essen? so bin ich jetzt wieder gesund? ist das ein Outfit? ah bin wieder gesund was habe ich hier als angezogen? oh da was aber warte du hast nen Trainingsanzug an was? was habe ich denn an? jetzt habe ich ihn an was ist das denn? das ist der geile Bademantel das ist der Bademantel? ja ja das ist schon mal gut dann sind wir jetzt Bademantel Buddies Bademantel Buddies scheiße können wir es genial mitbringen? ne ne? ne scheiße wo bist du? können wir hier nicht ne Markierung setzen in der Höhle? hier drin? bestimmt ja machst du das sag ich äh wo haben wir die? ah ich habe sie ja wo haben wir die nochmal? so auf B und dann bei Betriebsmittel Betriebsmittel? ja Magerroh, freies Bauenmöbel, kleine Fallenboote, Signale To-Do-List wir haben ne To-Do-List? ja wo sind die Betriebsmittel? weiß nicht, ich habe jetzt eine gebaut, ich mache so blau ach da, Betriebsmittel ey wir haben ne To-Do-List ne? ja was müssen wir denn tun? finde Timmy bauere Verteidigungsanlagen finde einen Weg in den Kessel finde die vermissten Flugzeugpassagiere ja die sind die hängen überall an der Decke ja gut wo ist denn diese scheiß To-Do-List? da hervorsteht die hängende Höhle weiter ja gut, dann haben wir hier jetzt nix weiter dann gehts hier jetzt hier raus auf die Werteidig auf die Werteidig go ok let's go ok let's go so dann gehts jetzt hier links weiter auf die Ausdauer immer ne? ja das nervt ein bisschen ja was hat's aus dem Formus? hast du schon durchgespielt? durchgespielt? ja nö oh ne Kassette hab ich das? ich weiß gar nicht hab ich das? keine Ahnung überleg mal Leute, wir spielen das Spiel jetzt hier schon so lange dass schon Suns of the Formus rausgekommen ist das muss man sich überlegen was war denn jetzt auf der zweiten Kassette drauf? ja auch nochmal so ein Video ne? muss ich mir die angucken? äh ich guck grad also da sitzt man im Heli ja guck mal an Megans Ankunft, das hab ich noch nicht gesehen hast du hier gespeichert? äh ne hier beim Zell kannst du speichern so komm wieder mal runter oh nun lauf da doch vorbei oh jetzt will ich aber gleich mein Gott so weich wir mal den da ok und weiter geht's weiter geht's wir kommen tatsächlich in der Story voran das finde ich super wir müssen jetzt nur gucken wo die andere Schlüsselkarte ist also ich hab das ja mal durchgespielt aber das ist schon lange her und ich weiß nicht wo dies wo dies wo die ist wir müssen dann wahrscheinlich noch einfach ein paar Eingänge finden oder? sieht man auf der Karte ja diese kleinen Höhlen das sind die Eingänge ne? ja ja ist ja die Frage wo war man schon? wenn wir jetzt hier gerade auslaufen kommt noch ein Eingang naja die die auf der Karte drauf sind die haben wir ja schon erforscht meine ich siehst du das hier auf der Karte? und nicht nach rechts ja du bist ja du bist ja zumindest schon mal da in die Richtung gelaufen dann deck das ja auf ne? so wir hier weiter laufen das ist ja cool wir können die Karte offen haben geht der Pin dann auch weiter? ja ja das ist ja nicht schlecht also hier müssen wir auch noch einen Eingang haben ja da sind wir glaube ich gerade reingegangen meinst du? ja hier müsste irgendwo einer sein oh ja ok hier sind wir rein dann lass uns jedenfalls in rot rum wechseln oder? ja lass dich mal gelb weil Skinny muss auch noch rein mit dem Bademantel oh ja das ist richtig ganz ohne ist ja auch blöd ne? wir müssen alle drei gleich rumlaufen so jetzt ist die Frage wo ist noch ein Eingang? denn nachts ist natürlich jetzt auch da kommen ja sicherlich noch der eine oder andere Dödel hier um die Ecke wir haben ja schon einiges gefunden ne? so ist das ja nicht ja da hinten fährt einer Auto fährt ein Auto? ja der ist voll schnell guck mal da hinten siehst du das Licht da? da vorne nö da hinten das Licht? seh ich nicht seh ich nicht Junge der hat der fährt auf dem Roller oder so ja doch muss ich meine Sichtweite vielleicht anders einstellen da hinten ist einer voll am abspeen kann man das? ist kein Scheiß wollen wir gucken ob es hier auch Eingänge gibt also der Ordner ist auch noch eine Flagge aber die ist rot und rot haben wir gemacht wenn wir da schon drinnen waren ja das meine ich auch also die Karte zeigt uns ja an wo der Kessel ist ne? ja dann müssen wir vielleicht da oben nochmal weiter aber hier ist die Seile mitnehmen hier waren glaube ich Seile und da Seile? Seile sind Seile Seile was meinst du? dann da vorne weiter laufen? wo jetzt? wenn du auf der Karte guckst Richtung Norden jetzt da so durch ich glaube da waren wir noch nicht so wirklich oder? kann das sein? wir sind da glaube ich wir wollten da mal hin wegen der roten Farbe aber so genau erforscht haben wir das da noch nicht meine ich dann wollen wir uns hier ins Zelt legen geht das? Achtung da sind welche Licht aus da sind böse Buben wollen wir schlafen lass schnell schlafen komm hä ist doch gleich wieso? ja dann ist wieder hell die hauen uns auf die Fresse im Schlaf? ja wieso da kann ich schlafen bei der Indinese ja wir haben doch geschlafen ja warum so schreien du? warum so schreien du? schreie doch doch weg du blöde Kuh ey komm her ja was ist? ich krieg grad auch wohl Fresse oh ja Freundchen was ist hier? oh Junge jetzt kommt der da wieder trenn wir nicht immer in den Schlag rein hab ich nie getan kommt mir das Fleisch essen du sollst das nicht ausrüsten du sollst das essen dann bist du da schon wieder am abgehen oder was? lass den armen Junge er fällt auseinander okay da geht die Sonne auf da müssen wir hin hier war noch irgendwo hier lief noch irgendwo eine ohne BH rum ja na klar dass du da hin willst oh ist es da vorne aber sonst kaltes Gebiet oder meinst du hier finden wir auch ein da unten läuft es da kommen wir ja voll ein jetzt gibt es aber lass uns mal warte mal lass uns mal da links am Ufer lang da können wir uns wieder mit roter Farbe ausrüsten glaube ich keine Ausdauer mehr man wo können wir uns ausrüsten mit roter Farbe da gegenüber da sind noch diese komischen Zelte am Wasser ach so ich mein da war irgendwo rote Farbe drin das können wir machen ja aber ja so die Frage kriegen wir beide die dann oder ist sie nach einmal schon verbraucht da ist ein Höhleneingang die Auferkarte oben ich markier den mal ach da ich glaub da waren wir noch nicht drin ne so wo ist jetzt hier der Eingang muss ja hier irgendwo sein oder da vorne ja da in der Felswand glaube ich ne ja hier so ich bau mal eben kurz das Signal Ding hier ich weiß ja jetzt wo es zu finden ist ja jetzt ist das Ding auch noch schräg alter rot ne aber lassen wir gelb erstmal ne damit wir das wisst fürs Gini ja ja wollen wir das rein oder warten ja geh rein oder alles klar das lass ich mir doch nicht zweimal sagen ja wir müssen ja hier ein bisschen Bockes machen wir haben ja schon ne Karte gefunden und wenn wir alles hätten dann kann Skitty ja theoretisch ja einfach mit uns zum Ende kommen hast du den jetzt grad halbiert der war schon so ja 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 ich kann keine Uhr mehr tragen Geld ich hab ein Tennisball ua Alter wieso haben wir alle Geld dabei vor allem diese halben Menschen hier kombiniert haben wir denn noch hier wo sind denn die Münzen und so wir haben doch Münzen und alles Kompass wo sind denn die Uhren warte Münzen kann ich gleich helfen ich muss in meinem Tennisballen nicht fresse ich weiß gerade die uhren die uhren sind das brauche ich noch für eine bombe alkohol uhren klebeband und kleingeld und eine platine eine platine gott wollen wir noch mal auf der rechten seite neben dem tuch rechten seite neben dem tuch über deinen trinkschlauch scheiße habe ich keine was platine ja na egal kann ja auch eine geben ja ja habe ich sehr gut danke dir die band platine und ein geld und die uhr habe ich dann noch mal wieder zwei von molotovs kann ich auch machen nicht verkehrt stoff 228 nicht so viel 222 okay alles klar hier waren wir noch nicht drin ist das neue ist so aufregend da unten da sind welche da stehen hier die ekelkalle ist macht licht aus kann ich da die bombe so schmeißen er kommt er kommt er kommt er kommt die bombe ja dann kannst du aber die kriegst die rüstung wieder nicht ja das sind einige warte mal oder molly ist auch gut hier nein ich habe schon wieder wohl so geschmissen ich bin ein idioten sohn ich wusste dass das noch passiert natürlich passiert das ja jetzt fein und bogen hier die flitzen aber hier wo ist er wieder genau da unten rum wo man sich trifft den habe ich erwischt ich auch angst runter zu fallen den habe ich auch erwischt ja nur irgendwie müssen da jetzt sauer jetzt sauer junge du stirb doch ich brauch die rüstung oh gott da hat der stift schon gemalt der hat einen pfeil direkt im hals und läuft er trotzdem um mein gott weiß was ich hier ja gleich runter und klär das ey warte mal was gucken hier da ist er da ist er wie geil das aussieht von hier oben einfach so ja was ist denn jetzt ja was machen wir jetzt runter oder nicht runter ich glaube ich habe ihn getroffen ist er tot ich gehe runter ich gehe auch runter ich komme ich habe ihn erwischt mit dem letzten pfeil komm her ok der ist tot tot er kommt er kommt Tobi Achtung Alter hat der mir einen verpult ey oh 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 ja er hat Fokus auf mich grad ist gut Ups muss auch treffen ne ja alter blöde du mieser Harald cool ey so können wir da jetzt nicht äh Rüstung von machen ist schon Rüstung musst du da anziehen ja wo ist das denn unten rechts bei deiner Gesundheitsanzeige im Inventar ach da ausrüsten jawoll sehr schön sag mal weißt du denn gar nichts oder was ne nicht mehr da ist ein Koffer oder das ist ein Rechner du haust bei mir in die Luft aber okay 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 ja macht nix alles klar ich hab geschenkt für dich hier alles klar das finde ich sehr gut und das ist auch passender Abschluss für die erste Folge Tobi nach langer Zeit haben wir wieder aufgenommen okay Skidi hat es diese Folge zwar nicht geschafft aber das macht nix wir sind dafür um eine Schlüsselkarte reicher und haben eine neue Höhle gefunden ja gut willst du noch zum zum Abschluss irgendwas sagen ähm hui hui alles klar haudi ich machs gut